Wir sind jetzt hier in einer VIP-Lounge drin, hier sind die Jungs vom Essen, aber auch auf. Verändern diese Power, ich muss was gemacht werden, das kann nicht sein. Oha, Elfmeter, 90. Minute. Ja Freunde, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einem neuen Stadion-Vlog hier auf meinem Kanal, Freunde, denn heute sind wir bei der Partie Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Nürnberg oder auch der 15. gegen den 12. Leute. Es wird sehr, sehr nice, wir haben heute auch wenigstens VIP-Plätze, denn zusammen mit Quali sind wir im Stadion heute. Ihr sollt eigentlich jeder von euch kennen, wenn nicht, checkt ihn ab, ich werde euch unten verlinken. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns jetzt fertig. So, ich muss mich jetzt ganz schnell noch fertig machen, denn hier haben wir auch noch zwei Boxen, denn der Kolle meinte, sein Bruder ist Fan von mir und wollte zwei Boxen haben. Das heißt, die nehmen wir auch mit, es wird sehr nice. So Leute, ich bin jetzt mittlerweile in Bielefeld angekommen und kommt mal, wie wir hier haben. Was geht, was geht? Die allererste Quali-Stick-Richter. Ich muss nur noch sagen, das ist nicht Bielefeld, das ist Gettbewerb. Okay, sorry auf jeden Fall. Ganz wichtige Frage für die Action für das Spiel. 3-1 Bielefeld. Okay, ich bin gespannt, wir gehen jetzt ins Essen und dann sehen wir uns später. So, wir können uns jetzt hier nochmal nochmal eine Stärkung. McDonalds. So, wir sind jetzt schon auf dem Weg zum Stadion. 1,4 Kilometer noch. Das Wetter ist immer sehr, sehr nice, hoffentlich regnet es nicht. So, dann kommen wir ganz kurz zum Faktencheck. Weißt du aktuell, welcher Platz ihr seid? Wir sind auf jeden Fall irgendwie so 14.15. Aber wir haben gerade einen guten Lauf und jetzt haben wir einen neuen Trainer, den Uwe. Und wir haben das letzte Spiel gegen den allerersten Platz 3 in Skobor gehen gehabt. Okay, sehr nice. Wir haben hier mitgefahren. Leute, wenn wir uns jetzt auf dem Weg, checkt diese Quale ab und wir hatten sie uns gleich. Ich würde auch drüber sagen, ihr solltet jetzt nicht denken, dass ich so ein Kiffer oder sowas bin, weil ich kaputt bin und so aufhabe. Aber es ist wirklich mittlerweile, dass es krank für die Fans sich und sowas hat. So, wir sind jetzt schon im Stadion drinne. Da müssen wir durch. Let's go. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Bändchen, glaube ich, kriegen. Da müssen wir dem Lassi-Boy hinterherlaufen. Er ist halt unser Mann auf jeden Fall. Leute, schreibt mal Hashtags Ehrenmann in die Kommentare. Zeig mal, was hast du noch nice bekommen. Ja. Ja, sehr cool auf jeden Fall. So, wir sind jetzt hier in der VIP-Lounge drinne. Hier sind die Jungs vom Essen. Erster Blick ins Stadion direkt. Boah, richtig geiler Blick. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Erzähl den Leuten mal ganz kurz, wo wir jetzt hingehen. Wir sind jetzt in Zürich besuchen. Also ich hoffe, dass das auch zulässt. Okay, let's go. So, wir müssen jetzt hier einmal durch. Komplett, da hinten ist der Bielefeld-Bus. Wir sind ein bisschen zu spät, aber was soll's. Wir gehen jetzt übrigens wieder zurück in den Block rein, weil wir die Schiedsrichter nicht getroffen haben, aber nachzuspielen. Hier sind so die ganze Fans aus Nürnberg. Nürnberg spielt von links nach rechts. So, das Spiel beginnt. Bielefeld hat der Anstoß. Auf einen guten Kick, Leute. Wir haben jetzt vier Minuten knapp gespielt und zwei Chancen für Bielefeld. Von Nürnberg kam bis jetzt noch keine. Jetzt mal die erste Chance über rechts. Flanke, ja, wir sind zu weit. Hier einmal ganz kurz die Aufstellung, die ich nachreichen muss von Bielefeld. Jetzt aber mal über rechts. Tor! Wie man das aus allen Spielen kennt, wird das Tor überprüft und es zählt. Das Tor wurde geprüft und es zählt. Schauen wir uns das Tor nochmal gemeinsam an. Also es war sehr schön rausgespielt. Und dann überlegt sich einfach, ob es reingemacht hat. Also sehr neu. Es ist auch verdient bei der Meinung nach 1 zu 0. Jetzt gibt es die erste Ecke im Spiel für Nürnberg. Chance hat sie bis jetzt in eine. Oh, die ist gut. Glückhaft. Nürnberg müssen wir aber versuchen, ein bisschen breiteres Spiel zu machen. Aber jetzt haben wir die Chance hier. Ah, wieder vertarben. Zweimal hatten die Situation, weil hier links alles frei war. Also hätten sie auch flanken können. Oh, sehr gut geblockt. Sehr stark erklärt. Hier bannert der Nürnberger. Nürnberg kommt immer besser ins Spiel rein. Keine Anstiegsstation. Jetzt aber gleich mal. Ah, man kann es auch versuchen. Sehr nice. Sehr schöner Distanzschutz war das im 2-0. Du bist einfach ein geiler Typ in der 23. Spielbüte. Boah, was so stark. Und jetzt 2 zu 0 nach 20 Minuten. Sehr stark auf jeden Fall. Sie hätten ihn nicht machen lassen dürfen. So konnte er schießen. Keine Chance für den Torwart. 20 Meter abgezogen. 2 zu 0. Ich muss sagen, sehr stark. Aber der Klub hat jetzt auch nicht so viele Chancen, ehrlich gesagt. Jetzt die Kontrache an zu Bielefeld. Sehr stark. Schade. Boah, jetzt aber auf. Scheele ist weiterspielen. Er sagt gar nichts. Es gibt übrigens eine Minute Nachspielzeit. So Leute, es ist Halbzeit 2 zu 0 steht. Ich habe jetzt gerade versucht, die Derteilung zu laden und am Kater zu trinken. Aber leider ist der Tag jetzt so schlecht hier. Aber trotzdem, ich würde mal sagen, Bielefeld war einfach eiskalt. Er hat die Chance, die Bühne nutzt. Meiner Meinung nach geht das 2 zu 0 komplett in Ordnung. Schreibt gerne eure Meinung unten in den Kommentar. Und auch gerne, welches Spiel ich als nächstes machen soll. Morgen sehen wir uns in Dortmund und Bochum. Zwei Stadionblocks morgen. Jetzt mal eine Standardsituation für Nürnberg. Wenn sie einen Anschluss-Treffer schaffen, dann ist wieder alles drin. So in das 3 zu 0 fährt, war es das. Jetzt aber, oh, segelt er durch. Glück gehabt. Er hat die Chance. Scheele hat ihm Vorteil gelassen. Und Tor. 2 zu 1. Er hat hier Vorteil laufen lassen. Und jetzt der Anschluss-Treffer drin. Ich habe gesagt, in das 2 zu 1 kann es aber richtig spannend werden. Man muss dann was sagen, hier ist das Tor jetzt nochmal eingeblendet. Es war schlecht verteidigt. Also unnötig. Kielefeld ist doch nicht so gut in die zweite Halbzeit gekommen. Wir fragen mal, was er dazu sagt. Standelfrist von Nürnberg. Boah, sehr stark. Haut den Ball da raus, Jungs. Wir haben jetzt 70 Minuten gespielt. Also Bielefeld muss gucken, dass sie das einfach besser hält und die Druckphase jetzt übersteht. Und Nürnberg muss mehr aufmachen und wird da mehr Räume gebeten. Und das muss Bielefeld nutzen, sonst kann das ganz, ganz eng werden heute noch. Und jetzt die Chance in Nürnberg. Oh, Glück, dass das dann einen Freistoß gab. Schreibt unten in den Kommentaren, war das dann ja oder nein. Oh, faul. Und gelb direkt. Unnötig. 25 Meter Torempfernung. Sehr, sehr gute Situation jetzt. Oh, sehr stark gehalten. Eckenverhältnis. 6 zu 0. Oh, sehr stark. Oh, viel zu viel Platz. Es sind auch gut 10 Minuten zu spielen. Bielefeld muss schauen, dass sie wirklich kompakter stehen. Nicht zu viele Räume lassen, sonst klingelt das hier gleich. Ich muss sagen, zweiter Halbzeit kommen jetzt nicht mehr so viel. Aber jetzt vielleicht mal, oh Gott, wie die die Chance zu Ende spielen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Oh, sehr stark durchgesteckt. Oh, Glück gehabt. Jetzt aber mal, super Pass. Komm, mach ihn. Nein, Mann. Gibt's doch gar nicht. Sehr schöner Pass und auch direkt runtergepflückt. Ah, die dürfen nicht schießen lassen. Glück gehabt. So, es gibt vier Minuten Nachspielzeit. 2 zu 1 steht's. Es wird die letzte Chance sein im Spiel. Nürnberg hat den Torwart schon mit nach vorne geholt. Die gehen all in. Alles oder nichts. Oh, jetzt muss man aufpassen. Jetzt, komm, Jungs. Wir sind rein. Nein. Oh, mein Gott. War das knapp. 90. Minute. Es wird Elfmeter überprüft. Gibt der Elba. Er guckt es sich an. Oh, mein Gott. Ist das krass. Was sagst du dazu? Es ist gar nichts. Es hat 90. Minute. Nein, es ist kein Elba. Also, du sagst es kein Elba. Es ist ein Fußball, nicht im Falle. Es ist kein Elba. Weil er sagt, es ist kein Elba. Wie wird der Schiede sich entscheiden? 90. Minute an. Wie er guckt es sich an. Ich glaube, er weiß es selber nicht. Er hat sich entschieden. Mal gucken, was er gibt. Oha, Elfmeter. 90. Minute. Das ist so krass. Mega, der zeigt mir der 94. Minute auf dem Tor. Was ist das? Also, Tolle meint, es war keiner. Schreibt eure Meinung und die Kommentare. Wir haben die 94. Minute. Tor. 2-2. Mega, ist das mit hart. Er feilt nicht mal mehr an. Das Spiel ist vorbei. 94. Minute. Elfmeter Tor. 2-2. Das Spiel ausgegangen. Ja, Leute. Das Spiel ist vorbei. Schreibt eure Frage in die Kommentare. Das ist krass. 94. Zeigt euch. Also, vor allem bei Dauern. Das ist der Feuer. Ich schaffe es mal. Was ist dein letztes Wort zu dem Video? Also, ich sage, ich selber ein Schiedsrichter. Ich habe den Christen. Respekt vor Schiedsrichtern. Aber bitte verändern Sie die VAR. Ich muss was gemacht werden. Es kann nicht sein, dass es jedes Mal immer so etwas passiert ist. Ohne, dass ich es richtig gesehen habe. Meist ist, dass ich keinen Elfmeter habe. Weil immer wieder jeden Fall im Besuch überhaupt nicht. Das ist richtig. Ja, das ist krass. Leute, lasst uns gemeinsam in den Kommentaren zitieren. Ich würde sagen, das war es mit dem Stadion. Checkt euch mal den Quallen ab und überlegt. Bro, die letzten Fotos gehört hier. Danke, dass ihr noch meine. Danke nochmal für die Eindrücke. Ich bin der Vierdürmer, ich bin der Vierdürmer, ich bin der Vierdürmer. Leute, das war es. Das war es. Das war es. Dann noch mal Kontakt, das war es. Aber danke schön, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.